Die Sendung wurde live untertitelt. Mein erster Offizier ist krank. Ihr Name stand ganz oben auf der Liste. Nun, das höre ich gern, Sir. Es war eine kurze Liste. Es gibt ein Spezialkommando. Wir wurden um Hilfe gebeten. Für diesen Einsatz sind wir mit dem Tödlichsten unserer Waffensysteme ausgerüstet. Das letzte Mal, dass ein derartiger Ernstfall eingetreten ist, war vor 32,5 Jahren während der Kubakrise. So, damit wäre jetzt alles gesagt, Gentlemen. Gehen wir an die Arbeit. Auf Tauchstation gehen. Ruder Gänger auf Tauchstation gehen. Neue Tiefe 1,5,0 Fuß. An alle Stationen, wir tauchen. Dieses Mal... Eine kodierte Meldung vom nationalen Generalstab. Höchste Alarmbereitschaft. ...wird unsere größte Angst... Bravo, Echo, Echo, Charlie Alpha. ...zur schrecklichen Gewissheit. Gentlemen, hier spricht der Käpt'n. Feindliche Rebellen drohen mit einem Nuklearangriff auf unser Land. Ihr steht unmittelbar bevor. Dies ist keine Übung. Nun... Wir haben was auf dem Sonar. Wahrscheinlich ein U-Boot. Finden Sie raus, was das ist. Wir empfangen eine Eilmeldung. Alarmstufe 1. ...beginnt der Kampf ums Überleben. Diese Meldung ist unvollständig. Sir, wir wissen nicht, was sie bedeutet. Unsere Befehle könnten sich geändert haben. Ich habe entschieden. In tiefster Gefahr... Er verliert die Nerven. Ich sauf lieber ab, als jetzt was falsch zu machen. ...hat Furcht keinen Platz. Wenn wir feuern und uns geirrt haben, werden die Rebellen erst recht angreifen. Ich bin Käpt'n dieses Schiffes. Ich habe mich nicht zu rechtfertigen. Sind Fehler verhängnisvoll. Raketensysteme bereit zum Abschluss in sechs Minuten. Sie bestätigen diesen Befehl oder ich finde jemanden, der es tut. Das werden Sie nicht. Und Zweifel enden tödlich. So nah am Brücke, Tropidos im Wasser. Rudra ab, Borg, Borg. Entfernung 1000 abnehmen. Hauchen neue Tiefe zu erkunden. Wir bleiben, Männer. Wir können unsere Raketen nur abfeuern, wenn Sie und ich zustimmen. Wir starten Ihre Raketen. Sie sind genau über uns. Ihr erster Offizier stehen unter Arrest wegen Meuterei. Fertig zum Feuer. Bringen Sie Captain Ramsey in seine Kabine. Feuer, sofort. Geben Sie mir den Schlüssel, Mr. Hunter. Sir, wir sinken weiter. Ich bin Kommandant dieses Schiffs. Crimson Tide. Gott mit uns, wenn Sie irren. Wenn ich mich irre, haben wir Krieg. Dann Gott mit uns allen.